ja hallo ich grüße euch alle herzlich willkommen bei Garten und Natur ja was ich euch heute mal alles zeigen wollte hier sind die Kolrabis die sind schon richtig gewachsen Blumenkohl auch schon am wachsen ja hier ist der Apfelbaum da sind die Kresse am wachsen die Radieschen die Kartoffeln fangen schon langsam an zu blühen so jetzt kommen wir zu den Zwiebeln die sind schon schwer groß geworden hier sind Heilbräuter wie ich gehört habe hier sind nochmal 3,5% Zwiebeln hier habe ich Möhren ja der Salat kommt irgendwie nicht aber dafür kommen die Winterzwiebeln ja hier ist Pori ja hier habe ich wieder Trugenkohl noch eine ganze Reihe ja weiter gehen wir zu meinen Obstbäumen so Kirche auch schwer am kommen wie gesagt am wachsen so weiter gehts zum Teich wie gesagt hier sind Mäusche drin so wer kann mir sagen was das hier ist hier kommt das sind meine Erdbeeren hier habe ich noch ähm boah wie heißt das boah Paprika Paprika und Tomaten kommt noch nix so hier habe ich noch eine Reihe Paprika so was man noch mit dran drauf sieht habe ich eine Reihe hingesetzt müsste auch jetzt nix kommen ja und hier sind ja noch die 3 Reihen Zwiebeln ja wenn euch das Video gefallen hat dann lasst einen Daumen nach oben da und abonniert meinen Kanal ich würde mich freuen dann sagen wir bis nächstes mal Dankeschön Ciao